Jetzt haben wir es genauso gemütlich wie im Wohnzimmer bei Thomann. Und hier ist es, hier seid ihr noch näher. Ich kann euch echt riechen. Und ihr uns hoffentlich auch. Yeah, geil. Die nächste Nummer. Eine kleine Geschichte, die haben eine kleine Geschichte, aber die haben besonders eine Geschichte. Und zwar, ich war in einem Wartezimmer in einem Krankenhaus. Und meine damalige Freundin wurde operiert. Und ich habe mir so überlegt, okay, man weiß ja nie, was so bei Narkosen und so passiert. Manche Menschen reagieren vielleicht nicht so gut darauf. Hat sie wirklich alles erlebt in ihrem Leben? Und da hatte ich so eine Melodie im Kopf und ich musste sofort heilen. um diese Nummer. Ich bin aber wieder, bevor sie aufgewacht ist, war ich wieder im Krankenhaus. Ich war wirklich da. Musste ich das irgendwie verwirklichen? Da habe ich auch damals so ein kleines Video gedreht. Und dieser Song ist Alone in the Waiting Room. Mal gucken. Oh, der ist schon fern. Tami, hit it. Ja. Schleifft. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018